Wann immer sich ein Abenteuer lohnt, Angst und Schrecken kennen wir nicht, denn das sind wir gewohnt. Wo immer ein Rätsel zu lösen ist, hoch in dem alten Schloss oder im Schwung am Nest, fünf Freunde, das sind wir. Julian, Dick und M., George und Timmy, der Hund, fünf Freunde, das sind wir. Wir kommen schnell herbei, wann immer ihr es wollt, und schon sind wir da.